Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainspotting Day. Diesmal sind wir in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Auf Umwegen und mit einer Stunde Verspätung bin ich endlich angekommen. Hier in Frankfurt und das ist der ICE 3, der mich hergebracht hat. Eigentlich sollte ich mit einem anderen ICE herkommen, der ist aber leider ausgefallen. Dann habe ich den hier genommen, ICE 527 auf dem Weg von Essen Hauptbahnhof Nacht, München Hauptbahnhof Büber, Düsseldorf, Köln, Düsseldorf, Messedeutsch, Frankfurt Fernbahnhof, Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, der heutigen Spotting-Folge und habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Die ICE 3 nach München Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Ja, schauen wir uns das doch einfach mal an. Im Hintergrund sogar noch eine Doppeltraktion 218. Wunderschöner, wunderschöner geht es doch gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Doppeltraktion IC Beziehungsweise Sandwich Keine Doppeltraktion, sondern Sandwich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sogar in Deutsch, eh gar nicht. Entschuldigung, nimmt alles zurück! Also Leute, es fiel dir leider immer stärker mit dem Regen. Ich denke, ich werde das fürs Erste abbrechen. Ich hoffe, dass es vielleicht noch aufhört in nächster Zeit, wenn nicht. Was ist das von hier? Leider, ich habe keine Lust, mich nassregnen zu lassen und krank zu werden, von daher beende ich das fürs Erste. Wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ihr hört mich dann im nächsten TSW 3 Video. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Nöw 1 Zoom 3 Video. Bis zum nächsten Mal. Nöw 3 Video. Nöw 4 Video. Nöw 6 Video. Nöw 5 Video. Nöw 6 Video. Nöw 5 Video. Nöw 5 Video. Nöw 6 Video. Nöw 6 Video. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020